Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper. Ähm, okay, da ist er ja wieder. Ähm, ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch hier vor der Polizeistation und wir sollen für den Direktor die Aktentasche finden. Und dazu müssen wir, ja, ich kenne mich ja noch aus, aber der Weg ist ja auch nicht ganz so schwer zu finden. Wir sollen einfach nur hier links um die Ecke gehen, also dort in die kleine Gasse. Ja, das hatte uns der Direktor ja auch schön beschrieben. Ah, schön, wie die Tauben davon fliegen und irgendwie leckt das gerade ein bisschen. Ich weiß es nicht. Watson. Ja, was soll ich sagen? Watson mag halt in mir, ne? Also er ruft uns immer sehr auf die Pelle. Hallo. Sind wir hier richtig? Guten Tag, Sir. Sie haben nicht zufällig eine Aktentasche aus Leder hier irgendwo auf dem Boden liegen sehen? Guten Tag, die Herren. Angenehm. Finlay mein Name. Ich bin der Hausmeister dieses Gebäudes. Und ja, vor nicht weniger als einer Stunde. Einer der Straßenjungen hat sie aufgehoben und weiß Gott, wo sie jetzt sein könnte. Wie bedauerlich. Diese Tasche enthält Dokumente und gehört der hiesigen Polizei. Sind Sie Polizeibeamte? Mitnichten. Ich heiße Dr. Watson. Und das ist der Detektiv Sherlock Holmes. Sherlock Holmes? Der große Detektiv? Sie sind bestimmt wegen des Mordes von letzter Nacht hier. Haben Sie schon herausgefunden, wer die arme Frau war? In der Tat. Dazu musste ich nur einen Blick in die Zeitung werfen. Meine Zeitung ist von heute Morgen. Und über die Identität der Frau stand nichts drin. Okay. Er hat die Zeitung also nicht gelesen, die von gestern, weil seine Zeitung stammt ja von heute Morgen und da stand nichts drin. Oder? War doch jetzt richtig. Ich bin eigentlich nicht in die Ermittlungen involviert, aber wenn ich der Polizei behilflich sein kann, werde ich dies gerne tun. Oh, da bin ich mir sicher. Ich habe gehört, dass Inspektor Aberline für den Fall zuständig ist. Ein fähiger Mann. Mhm. Okay. Nach dem, was Sie sagen, werde ich die Aktentasche wohl nicht finden. Davon gehe ich aus. Ich hingegen könnte mehr Glück haben. Tun Sie mir als Gegenleistung einen Gefallen. Fast jede Nacht kommt ein Herumtreiber und schläft in einer der Ecken unweit meiner Fenster. Er hustet, brüllt herum und singt manchmal sogar. Er sieht ziemlich kräftig aus und ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Wegen ihm habe ich schon drei Mieter verloren. Wenn Sie bei der Polizei vorsprechen, werden Sie dieser Angelegenheit vielleicht mehr Beachtung schenken. Erzählen Sie ihn vom Kapitän und Sie werden wissen, um wen es geht. In der Zwischenzeit versuche ich, Ihre Aktentasche zu finden. East London Advertiser Samstag, 1. September 1888 Whitechapel in Angst und Schrecken Grauenvoller Mord in der Bugs Row Nach der Ermordung einer Frau erst vor kurzer Zeit sind die Bewohner Whitechapels kaum zur Ruhe gekommen, als ein neues, noch schrecklicheres Verbrechen bekannt wird, welches das Viertel zweifellos ebenso in Aufruhr versetzen wird wie der vorherige Mordfall. Die Polizei steht vor einem Rätsel und verfügt bisher über keinerlei Anhaltspunkte, die auf den Schuldigen jener schrecklichen Tat hinweisen könnten. Bekannt ist jedoch, dass Constable John Neal am Freitagmorgen auf seinem Rundgang durch die Bugs Row und die Thomas Street war, als er gegen Viertel vor vier eine Frau zwischen 35 und 40 Jahren am Straßenrand in einer Blutlache liegen sah. Die Kehle des Opfers wurde mit einem etwa zwei Zoll breiten Schnitt von einem Ort zum anderen durchgeschnitten. Außerdem wurde ihr Unterleib aufgeschnitten, sodass die Eingeweide hervorkrollen. Sie wurde sofort in das Leichenschauhaus von Whitechapel gebracht. Der Einschnitt erstreckt sich nahezu bis zur Brust und wurde offenbar mit einem langen Messer durchgeführt. Die im Leichenschauhaus aufgebahrte Tote bietet einen schrecklichen Anblick. Das Opfer wird auf etwa 35 bis 40 Jahre geschätzt und ist fünf Fuß und zwei Zoll groß. An den Händen sind Blutergüsse zu erkennen, die darauf schließen lassen, dass sich die Frau heftig gewehrt hat. Einer der Finger trägt den Abdruck eines Rings. Aber nichts solltet darauf hin, dass selbiger gewaltsam abgenommen wurde. Fünf Zähne fehlen und das stark verfärbte Gesicht weist Blutergüsse auf beiden Wangen auf. Die Frau trug einen groben braunen Ulster mit großen Knöpfen an der Vorderseite. Ihre zerrissene und an zahlreichen Stellen zerschnittene Kleidung zeugt von der schieren Brutalität des Mörders. Die Polizei sucht nach Personen, die die Tote identifizieren können, um anschließend die Person ausfindig zu machen, der als letztes mit dem Opfer gesehen wurde. Die Tat hat in der Bugsrow verständlicherweise für großen Aufruhr gesorgt und einige Personen aus dem Viertel berichten von einem Tumult kurz nach Mitternacht. Schreie wurden allerdings keine vernommen und nichts deutet darauf hin, dass es sich um mehr als eine bloße Schlägerei gehandelt hat. Wegen fehlender Hinweise wird es kein leichtes Unterfangen, den oder die Täter zu ergreifen und zur Rechenschaft zu ziehen. So, und dann haben wir Großbrand in Londoner Lagerhallen. Kurz vor 9 Uhr brach am Donnerstagabend in einer der großen Lagerhallen der London Warehouses ein Feuer aus. Die Lagerhallen waren wie immer um 4 Uhr nachmittags geschlossen worden und es halten sich üblicherweise außer den diensthabenden Nachtwächtern sowie der Feuerwehr nur wenige Personen dort auf. Gegen halb 9 roch es nach Rauch. Ehe kurze Zeit später das Dach eines der riesigen Gebäude im Zentrum der Lagerhallen in Flammen stand. Obgleich es sich um einen schrecklichen Großbrand handelte, war die Leitung der Feuerwehr um 9 Uhr immer noch nicht von dem Vorfall informiert. Die Alarmierung der Whitechapel Station erfolgte wenig später, sodass umgehend alle Löschfahrzeuge an Ort und Stelle geschickt werden konnten. Während andere Stationen benachrichtigt wurden und ihrerseits Wagen aus jedem Stadtteil Londons abzogen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Feuer ausgemacht, das mit ungeheurer Intensität in den oberen Stockwerken eines großen 150 Yard langen und halb so breiten Gebäudes wütete. Oh Mann, das ist echt viel Text. Aber ich lese ja immer alles vor, weil ich finde, das geht einfach ganz zu. Aber ich habe nicht mehr daran gedacht, dass Sherlock Holmes mal so einen langen Text hat. Naja, die Flammen hätten kaum an einem gefährlicheren Ort ausbrechen können als diesem. Den Thaus-Quay-Lagerhallen. Die oberen Stockwerke waren bis unter das Dach mit Erzeugnissen aus den Kolonien gefüllt. Während in den unteren Stockwerken, ich wollte schon Stadtwerken sagen, ich habe es heute mit dem Lesen, Stockwerken Brandy und Gin gelagerten. Äh, was? Nein, nochmal neu. Die oberen Stockwerke waren bis unter das Dach mit Erzeugnissen aus den Kolonien gefüllt, während in den unteren Stockwerken Brandy und Gin lagerten. Ja, so wird ein Schuh draus. Die großen, vergitterten Fenster boten wie ein Hochofen freie Sicht auf das Feuer, während das ohrenbetäubende Getöse, in dem die gewaltigen blauen und gelben Feuerzungen tobten, vermuten ließen, dass der Alkohol seinen Beitrag zu den Flammen leistet. Ja, wahrscheinlich. Gegen halb zehn bot sich ein beeindruckender Anblick. Imposante, hochaufragende Lagerhallen auf allen Seiten bis unter die Dächer voll mit Waren von unschätzbarem Wert, umgeben von riesigen Fahrzeugen auf nassem Asphalt. Dazu Feuerwehr, Polizei und Dockarbeiter, die die Löscharbeiten verfolgten oder gegen die Flammen ankämpfen, während sich eine Menschenmenge rund um die großen Tore versammelt hatte, um den Brand aus der Ferne zu beobachten. Okay, also das ist, ähm, Samstag, 1. September. Ich dachte, das wäre jetzt eine Nacht davor passiert oder in der gleichen Nacht. Ich weiß es jetzt gerade nicht, also könnte sein. Oder ich denke gerade falsch. Auf zur Polizeistation. Ja. Watson guckt immer so, so, als ob er immer so auf uns wartet. So, ja, fahren wir jetzt endlich los. So, ich habe jetzt mal die Abkürzung genommen. Hallo. Und, Gentlemen, haben Sie meine Aktentasche gefunden? Noch nicht. Ist Ihnen ein Herumtreiber namens Kapitän bekannt? Kapitän? Ja, ein alter Seemann, kräftig wie ein Bär und von Kopf bis Fuß tätowiert. Der Alkohol hat ihn zu einem Obdachlosen gemacht. Wie es scheint, bereitet er dem Hausmeister der Pension am Ende der Straße einige Schwierigkeiten. Und was sollen wir tun? Jede Nacht werden Treppenhäuser, Innenhöfe und Vordächer zu öffentlichen Schlafstätten. Und die Leute kommen nicht nur zum Schlafen. Ich glaube, dieser Mann hat eine Nichte, bei der er manchmal unterkommt. Sie wohnt in der Commercial Street, gleich nach der Seitengasse mit der Pension. Sie denken an meine Aktentasche, nicht wahr? Glauben Sie, dass diese Frau einwilligen wird, ihren Onkel dauerhaft bei sich aufzunehmen? Das weiß ich nicht. Dennoch sollten wir einen Besuch abstatten. Hier muss die Nichte des Kapitäns wohnen. Ja, hallo. Guten Tag, Miss. Sind Sie zufällig die Nichte eines Mannes, der Kapitän genannt wird? Ja, das bin ich. Was hat er dieses Mal angestellt? Er ist doch nicht... Oh mein Gott, ich bin schon unterwegs. Miss, wir sind gekommen, weil wir Sie fragen möchten, ob Sie Ihren Onkel bei sich aufnehmen würden. Er schläft unter den Fenstern einer Pension und beschert dem Hausmeister im wahrsten Sinne des Wortes schlaflose Nächte. Ich weiß, ich habe ihn eine Weile bei mir wohnen lassen und da war es nicht anders. Mein Vermieter wollte, dass ich ihn hinauswerfe. Ich schäme mich für ihn, wissen Sie, auch wenn ich das in Anbetracht seines Gesundheitszustands nicht tun sollte. Er hustet Tag und Nacht. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, seinen Husten zu lindern. Ich bin Arzt und könnte ihn untersuchen. Er war schon bei einem Arzt im Hospital. Aber die Medizin ist einfach zu teuer. Es ist schon schwer genug, für meine Miete aufzukommen. Wir kümmern uns darum. Wo können wir Ihren Onkel finden? Das weiß ich nicht. Er müsste sich hier in der Gegend aufhalten. Aber wo genau, ist mir nicht bekannt. Wir werden ihn finden. Holmes, das wird nicht einfach. Wie sollen wir in Whitechapel einen Alkoholiker finden? Eine Nadel im Heuhaufen wäre einfacher. Kommen Sie, mein lieber Watson, wir müssen zuversichtlich bleiben. Und vergessen Sie nicht, dass wir unsere kleinen Informanten haben. Sie meinen diese Bengel, denen Sie immer etwas zustecken? Genau, meine Geheimpolizei. Einige von Ihnen sind bestimmt in dieser Gegend unterwegs. Wir müssen sie nur finden. Ah, schon gefunden. Hallo. Guten Abend, junger Mann. Wie geht es dir? Ich kenne ihn. Das ist der Junge, der immer früh am Morgen vor unserem Fenster in der Baker Street lauthals Zeitungen verkauft. Hallo, Mr. Holmes. Freut mich, Sie wiederzusehen. Was kann ich für Sie tun? Kennst du zufällig einen alten Seemann, der unter dem Namen Kapitän bekannt ist? Ein armer Mann, der oft zu tief ins Glas schaut. Klar, Mr. Holmes. Er ist hier am Ende der Straße, links um die Ecke. Aber seien Sie vorsichtig. Kann manchmal ein ungemütlicher Zeitgenosse sein. Sehr gut, junger Mann. Der Doktor hat sicher eine Kleinigkeit für dich. Watson? Hm? Hören Sie mal, Holmes. Sie sind immer so ein Geizhals, Mr. Watson. Vielen Dank, Mr. Holmes. Jederzeit wieder. Äh, Geizhals. Ähm, wenn man bedenkt, dass Holmes immer Dr. Watson losschickt, um zu bezahlen. Also, dass Holmes irgendwie nie irgendwas bezahlt. Ich meine, man kennt es ja aus den anderen Abenteuern. So, ähm, hallo, bist du das? Nein, du bist am Bettel. Ich höre jemanden ungewöhnlich stark husten, Holmes. Ja, Watson, der arme Mann kann nicht weit sein. Ah, okay. Ja, hab ich mir auch schon gedacht. Sollte dieser Mann nur unter der Bedingung mit uns reden, dass wir seine Lieblingskakerlake finden, wird es heute in Whitechapel einen weiteren Todesfall geben, Watson. Kümmern Sie sich schnell um ihn. In Ordnung, Holmes. Ja. Sein Gesundheitszustand ist kritisch, Holmes. Ich gebe ihm höchstens noch einen Monat. Gibt es eine Möglichkeit, mein lieber Dr. Watson, dass dieser letzte Monat leise verstreicht? Also wirklich, Holmes, manchmal sind sie einfach... Ich schreibe ein Medikament auf, das er möglichst schnell gegen seine Schmerzen braucht. Ausgezeichnet. Ich mache mich auf die Suche nach einer Apotheke oder einem Hospital. Okay, ähm, wir müssten jetzt das Hospital finden. Oder ist es jetzt auf der Karte? Ich meine schon, ne? Da war ja gerade dieses Zeichen für, ähm... Ah, Hospital. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Hospital. Ach, wirklich? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, das stand ja nur auf der Karte und... Ähm, ne, egal. Wir gehen mal rein. Oh. Das sieht ja sehr trist und traurig aus. Ähm, aber nicht wie ein Hospital. Gott ist gut. Also, Gott ist true. Gott ist holy. Ähm. Also, Gott ist gut. Gott ist Wahrheit. Und Gott ist heilig. Ähm, ja, wenn man an so etwas glaubt... Hallo, Herr Doktor. Wir haben da ein Problem. Guten Tag, Sir. Dr. Gibbons mein Name. Sie sind nicht aus dieser Gegend. So ist es, Doktor. Allerdings bin ich wegen eines Patienten aus dieser Gegend hier. Sein Hausarzt hat mich darum gebeten, in seinem Namen mein Medikament zu besorgen. Er hat es aufgeschrieben. Dieses Medikament ist recht teuer. Und bestimmte Dokumente sind erforderlich, um es unentgeltlich zu erhalten. Diese Dokumente habe ich nicht. Ich hoffe, mein übriges Kleingeld reicht aus. Ist das genug? Genug, um Ihren Patienten damit einen Monat lang zu versorgen. Soll ich ihm das Medikament auch über diesen Zeitraum hinaus verschreiben? Laut Dr. Watson ist das nicht notwendig. Er erwartet eine baldige Genesung? Eine endgültige Genesung. Bitte, Sir. Danke. Oh ja, ähm, wo sind denn all die Patienten? Es ist ziemlich ruhig hier. Eine ungewöhnliche Folge von Ereignissen. Die meisten Leute hier aus der Gegend sind letzte Nacht zu den Lagerhallen gegangen, um dort das große Feuer zu sehen. Die Patienten, die ich hier versorge, sowie mein Personal, haben da keine Ausnahme gemacht. Erstere wurden auf wundersame Weise gesund, letztere krank. Und nach dem Mord letzte Nacht sind die meisten Leute, die nicht arbeiten, anschließend zum Tatort gegangen. Ihre kleinen Wehwehchen müssen bis heute Nacht oder morgen warten. Ein abscheulicher Mord, wie es scheint. Kein Wunder, wenn man bedenkt, was aus dieser Gegend geworden ist. Ich danke Ihnen, Doktor. Keine Ursache. Okay, also, ähm, was ziehst du da für ein Medikament auf? Naja, okay. Ich frage mich ja, für wen oder was er das Medikament aufzieht. Ich meine, es ist ja keiner hier. Will er sich selbst etwas spritzen? Oder, ähm, naja. Gibt es hier irgendwie was? Nein, hier ist nichts. Okay. Ja. Dann können wir ja auch wieder direkt zu Watson. Ähm, ihr, die ich... Neh, mal die Karte. Hier zum Kapitän, da ist ja auch wieder der Watson. Und dann geben wir hier ihm das Medikament, ne? Hier ist das Medikament, Watson. Kann der Mann aufstehen? In wenigen Minuten sollte er wieder auf den Beinen sein. Und bald wird ihn auch sein Husten nicht mehr plagen. Betrachten wir die Sache als erledigt. Begleiten Sie ihn zu seiner Nichte, während ich zurück zur Pension gehe. Wir treffen uns später bei der Polizeistation. Zurück zur Pension. Ja, wir können jetzt, äh, irgendwie... Lies ich mich hier mal um... Also komplett um mich selbst drehen, um den Ausgang hier zu hindern. Äh, okay. Ja, das sind alles Alkoholiker hier. Whitechapel. Und auf der Straße schlafen scheint wohl auch normal zu sein. Oh, der arme Junge. Ja, aber ich glaube, das war wirklich so damals. Dann müssen wir jetzt hier wieder hin. Genau. Hier war die Pension. Hey, Finlay! Ich habe gute Nachrichten für Sie, Mr. Finlay. Wir haben den Kapitän zu seiner Nichte geschickt und er sollte für Sie eine Weile kein Ärgernis mehr darstellen. Auch ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe Ihre Aktentasche. Danke. Einen guten Tag wünsche ich. Oh, keine Ursache. Ach, sagen Sie, eine Bekannte meiner Frau hat ein Problem. Sie... Ein andermal, Finlay, ein andermal. Auf zur Polizeistation. Ja, super. Aber da die Polizeistation hier direkt um die Ecke ist, werde ich diesen kleinen kurzen Weg ja gehen. Und oh, du hast dich ja verändert. Also die Dame, die letztes Mal die Bogen verkauft hat, sah aber anders auf dem Stand hier von der Ecke. Ein Junge, der hat Geige spielt. Ich hätte nicht gedacht, dass so arme Jungs auf der Straße, also dass die irgendwie Geld hätten, um sich eine Geige zu kaufen. Also die armen Leute, weil ich meine, so eine Geige oder so eine Violine ist ja teuer, ne? In der Anschaffung. So, hallo. Und, was wissen Sie zu berichten, Mr. Holmes? Ach so, ich hatte vergessen, die Aktentasche anzuklickern. Ist das die Tasche, die Sie verloren haben? Ja, aber jemand hat versucht, sie gewaltsam zu öffnen. Zwar ohne Erfolg, aber jetzt klemmt das Schloss. Vielleicht könnten Sie... Hm, mal sehen. Ach, natürlich. Wir werden ja nicht Sherlock Holmes, wenn wir das nicht schaffen würden, okay. Ach, ich denke mal eins, zwei, drei, ja. Wir müssen das in richtiger Reihenfolge machen. Oh Mann. So, das... Die untere Reihe ist schon mal richtig. Vier, fünf, sechs. Und, ja. Das war's. Das war's. Jo. Ein großes Dankeschön, Mr. Holmes. Nicht der Rede wert, mein Freund. Und, der Bericht? Wollen Sie nicht warten, bis der Oberinspektor zurück ist? Dann erfahren Sie sicherlich mehr. Würde ich den Oberinspektor treffen wollen, hätte ich das bereits getan. Geben Sie mir bitte den vorläufigen Bericht und behalten Sie vor allem für sich, dass ich hier war, ja? Sicher, wie Sie wünschen. Hier haben Sie den Bericht. Danke. Ah, endlich. Todesfall Polly Nichols, 31. August 1888. Autopsie-Bericht von Dr. Henry Lavellon. Ihr Hals wurde von links nach rechts durchgeschnitten. Zwei unterschiedliche Einschnitte auf der linken Seite. Luft- und Speiseröhre sowie Rückenmarke wurden durchtrennt. Rechts unterhalb des Kiefers und auf der linken Wange sind Abbrücke eines Daumens zu erkennen. Der Bauch wurde aufgeschnitten. Der Schnitt verläuft vom mittleren Rippenansatz über die rechte Seite und unterhalb des Beckens bis links neben den Magen. Dort ist die Wunde gezackt. Das Momentum, das Bauchnetz, ist ebenfalls an verschiedenen Stellen eingeschnitten. Zudem gibt es zwei kleine Stichwunden im Unterleib. Tatwaffe offensichtlich ein Messer mit äußerst scharfer Klingel. Vermutlich verübt von einer linkshändigen Person. Der Tod trat so gut wie sofort ein. Eine linkshändige Person. Aber ich meine, in dem Video, also im Intro-Video, da wo wir aus der Sicht des Killers das ja gesehen haben, hatte der doch das Messer in der rechten Hand, oder? Hm. Haben Sie den vorläufigen Bericht? Ja, wir können ihn unterwegs lesen. Und jetzt auf zum Ort des Verbrechens in der Bugsrow, Watson. Ja, wir müssen jetzt wieder in die Bugsrow, aber ich werde mal wieder die Karte benutzen. Wo ist die Bugsrow? Und hat uns das Modus an Polly Nicker. Ja. Dann wollen wir mal schauen, ne? Aber was machen denn all die Leute hier, Holmes? Offensichtlich sind sie gekommen, um den Ort des Verbrechens zu sehen. Was ist mit uns? Wollen wir uns nicht hinzugesellen? Wir kommen in der Nacht wieder, Watson. Dann sind die Bedingungen ideal, um unsere kleinen Experimente durchzuführen. So, Watson, wir befinden uns am Ort des Verbrechens, wo Polly Nichols ermordet wurde. Stellen wir uns vor, das Opfer würde noch an der Stelle liegen, wo es entdeckt wurde. Uns darf kein Hinweis entgehen. Watson, Sie sind ein Schreiber. Kümmern Sie sich um unsere Zettel mit den Schlussfolgerungen. Sie werden uns dabei helfen, die Fakten herzuleiten. In Ordnung, Holmes. Okay. Ja, hier haben wir die Leiche. Natürlich nur gezeichnet, weil das Spiel ist ja altersbeschränkt. Wir können uns jetzt hier alles anschauen. Wir haben immer hier die Boden. Keine Fußspuren auf dem Boden. Okay. Da waren keine Fußspuren. Der Boden ist matschig. Keine Blutspuren. Also keine Blutspritze an der Wand. Ist sonst noch irgendwas? Okay. Sehen wir uns diese arme Frau genauer an. Okay. Geschwollene Zunge. Die Zunge ist geschwollen. Ja, die Augen, glaube ich. Da ist ein Bluterguss. Auf der linken Wange ist ein Bluterguss. Da ist auch ein Hämatom. Auf Höhe des rechten Oberkiefers ist ein Bluterguss erkennbar. Genau, hier ist der Schnitt. Auf Höhe des rechten Oberkiefers ist ein Bluterguss erkennbar. Nein, ich wollte eigentlich den Schnitt. Der Hals wurde von links nach rechts aufgeschnitten. Zwei Einschnitte sind zu erkennen. Dann müsste man das ja so aufschneiden. Also doch mit rechts. Eine kleine Blutlache mit einem Durchmesser von 6 Zoll. Die Frau lag auf dem Rücken mit ausgestreckten Beinen, leicht auseinanderweisend. Das Obertal wurde bis zur Mitte des Oberkörpers hochgezogen. Die linke Hand berührte die Tür. Der Körper ist noch warm. Wir sollten den vorläufigen Bericht noch einmal lesen und uns die Einzelheiten zu den Verletzungen dieser armen Frau ansehen. Ja, aber wir haben hier noch mehr. Nahe der linken Hand liegt eine schwarze Haube. So, haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ist alles gut. Ja, was heißt alles gut, ne? Ich meine, so ein Mord ist nie gut. Aber ich meine jetzt hier vom Tatort her. So, dann haben wir hier noch die Laterne. Diese Straße wird nur von einer Laterne beleuchtet, Watson. Und an diese Stelle fällt besonders wenig Licht. Und zwei Pärchen, oder? Menschen leer, Holmes. Nur die Prostituierten kommen hierher, um zu arbeiten. So, Watson. Ich denke, wir haben alle nötigen Hinweise. Versuchen wir nun, den Tathergang zu rekonstruieren. Kommen Sie näher, Watson. Ich muss Sie schminken. Sie belieben zu scherzen, Holmes. Ich komme mir lächerlich vor, Holmes. Und jetzt stellen Sie sich hier vor mich hin, Watson. Sie übernehmen die Rolle der armen Frau und ich die des Mörders. Versuchen wir, den Tathergang zu rekonstruieren, um sicherzugehen, dass das Resultat ohne jeden Zweifel darauf zurückzuführen ist, wie Polly Nichols ermordet wurde. Okay, wir machen erst mal Stehen. Und da wurde sie ja erwürgt. Hier, Richtung Stand. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass sich die Ereignisse so abgespielt haben. Und man kann sich dann noch alles noch zu schön aus dieser Sicht hier anschauen. Aha, aha, ja. Das machst du sehr schön, Holmes. So, dann können wir das jetzt hier nochmal ändern, glaube ich. Jetzt nochmal im Liegen. Dann mit dem Messer. Ähm, erstmal so, oder? Ich hoffe, dass das hier niemand mitbekommt, Watson. Hätte der Mörder auf seinem Opfer sitzen die rechte Hand benutzt, hätte er nicht viel Platz gehabt. Okay, das bedeutet, wir müssen die Hand wechseln. Der Mörder hatte genug Platz, um dem Opfer die Verletzungen im Halsbereich zuzufügen. Und sie lassen darauf schließen, dass die linke Hand benutzt wurde. Mein lieber Watson, wir haben alle Hinweise und müssen sie nur noch zur wahrscheinlichsten Theorie kombinieren, um daraus die Fakten herzuleiten. Ah, okay. Mord an Polyneckels macht zwar auch Hinweise und Fakten. Wir müssen jetzt, ähm, diese Dinger hier zuordnen. Gott sei Dank macht das Spiel das schon automatisch, also diese Sachen. Also ich leg die jetzt erstmal alle hier so hin. Also das weiß ich noch, dass das so war. So, und noch einmal. Ja, da sind nämlich noch mehr. So, einmal da rein, einmal da rein. Erstmal schön alle hinlegen. Das dauert ein Weilchen. Klasse. So. Fangen wir an. Nah der linken Hand lag eine schwarze Haube. Die Straße war schwach beleuchtet und die Straße wird von den Prostituierten nur für die Arbeit aufgesucht. In Anführungsstrichen. Das heißt, das Opfer hielt die Haube in der Hand, als es ermordet wurde. Die Haube lag bereits auf dem Boden. Das Opfer hat nicht gefroren. Nein, sie hielt die Haube in der Hand. Das Opfer hat um Almosen gebettelt. Das Opfer hatte keine Angst. Ähm, das Opfer hatte keine Angst. Ne, das haben wir auch gesehen. Neckels hatte ihre Haube in der Hand und war bereit für die Arbeit, genau. Und wenn man was richtig hat, dann wird das hier grün. So, kommen wir zum nächsten Fall. Die Straße wird von den Prostituierten nur für die Arbeit aufgesucht. Und, ähm, an den Wänden waren keine... Achso, das gehört ja jetzt nicht mehr hin. An den Wänden waren keine Blutspuren. Die Kehle des Opfers wurde durchgeschnitten. Die Wand wurde sauber gemacht. Äh, ich glaube er nicht. Der Mörder hat dem Opfer lautlos die Kehle durchgeschnitten. Die Kehle des Opfers wurde nicht im Stehen durchgeschnitten. Ähm, genau. Genau. Nicht im Stehen oder lautlos. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Also, falls wir irgendwas falsch haben, dann ist es das vermutlich. Auf dem Boden war kein... War eine kleine Blutlache. Sorry, die Schrift ist so klein. Und ich habe da... Ja, eine größere Auflösung. Da regt das alles noch kleiner. Es kam zu einem starken Blutfluss. Ähm, nee. Es kam zu einem, äh, kleinen Blutfluss. Also, das Blut floss langsam aus dem Körper. Der Boden war nass und dreckig. Es kam aber nicht zu sexuellen Handlungen auf den Boden. Der Mörder hat Wasser auf den Boden geschüttet. Nein. Schwachsinn. Wofür denn? Es kam zu sexuellen Handlungen auf den Boden. Nee, das definitiv nicht. Ähm, Nickels wurde nicht an diesem Ort ermordet. Doch, Nickels war schon tot, bevor sie auf den Boden gelegt und ihr Hals aufgeschnitten wurde. Nickels wurde mit einem Schnitt in den Hals ermordet. Nein, das hier. Ah, ist doch richtig. Ähm, die Leiche war noch warm. Auf dem Boden waren keine Fußabdrücke. Der Mörder hat die Kehle von Polynecals durchgeschnitten. Das Opfer wurde woanders ermordet und dann zum Fundort gebracht. Der Mörder hat das Opfer warm gehalten. Nein, der Mord geschah an dem Ort, den wir auch hier gefunden haben. Also hier am Tatort, nicht, die haben wir nicht gefunden, ne. Wir wissen ja, dass es der ist. Ich, also ich laber manchmal Bullshit. Der Mord an Polynecals wurde tagsüber verübt. Nickels wurde am Fundort ermordet. Jep. Die Zunge war geschwollen. Sie wurde gewürgt. Erwürgt, ja. Die Kehle wurde von links nach rechts durchgeschnitten. Der Mörder muss auf dem Opfer gesessen sein und hatte das Messer in der rechten oder linken Hand. Das Opfer hatte auf Höhe des rechten Oberkiefers einen Bluterguss. Dieser Bluterguss wurde durch starkes Aufdrücken mit den Fingern verursacht. Genau. Der Mörder stand vor dem Opfer, um es zu erwürgen. Und der Mörder hat das Opfer mit der rechten Hand am Schreien gehindert. Er hat es doch mit der rechten Hand gewürgt und mit links. Damit. Und der Mörder hat das Opfer mit der rechten Hand erwürgt. So. Ähm, was? Ja, wir wissen ja nicht, ob er links- oder rechtshänder ist, weil er hatte ja auf der rechten Seite keinen Platz. Und dann kann man ja auch mal die linke Hand benutzen, ne? Das meinte Sherlock ja auch. Ähm. Nichols Mörder ist ein großer Mann, ist ein kräftiger Mann oder Nichols Mörder ist ein kräftiger Mann. Das Opfer war höchstwahrscheinlich tot, bevor es auf den Boden gelegt wurde. Als das Herz aufgehört hat zu schlagen, ist das Blut langsam aus dem Körper geflossen. Hätte das Opfer noch gelebt, wäre der Blutfluss viel stärker gewesen und hätte die halbe Straße beschmutzt. Danke, Holmes. Ich bin froh, dass ich nicht auch noch die Kleidung wechseln musste. Ist Ihnen aufgefallen, dass unser Verhalten gänzlich unbemerkt blieb? Das Martyrium des Opfers erregte ebenso wenig Aufsehen. Dass wir unbemerkt geblieben sind, lässt auf Folgendes schließen. Das Verbrechen wurde definitiv hier verübt. Das Opfer und ihr Mörder konnten hierher kommen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Und anschließend wurde der Mord begangen, ohne dass auch nur ein Schrei zu hören war. Kommen Sie, Watson, kehren wir nach Hause zurück. Wir sind schon viel zu lange in dieser dunklen Gasse. Na, mein lieber Watson, unser kleiner Abstecher nach Whitechapel war aufschlussreich, nicht wahr? Ein Abstecher, von dem ich ganz bestimmt niemandem erzählen werde. In der Haut dieser armen Frau zu stecken, ich will gar nicht weiter darüber reden. Aber haben wir wirklich mehr über den Mörder herausgefunden? Offensichtlich handelt es sich dabei um einen kräftigen Mann. Wir haben nur sehr wenige Anhaltspunkte, zumindest nicht mehr als die Polizei. Aber meiner Meinung nach hat Inspektor Eberlein noch einen oder zwei Trümpfe in der Hand. Reden wir über die Fakten und was wir aus ihnen schlussfolgern können. Wir wissen, wo das Verbrechen begangen wurde und unter welchen Umständen. Vielleicht können Sie mir sagen, welches Motiv der Täter gehabt haben könnte. Was hat Ihrer Meinung nach den Mörder dazu veranlasst, so zu handeln? Oh, okay. Jetzt haben wir hier wieder, ähm... Nun, uns fehlen immer noch gewisse Informationen, um diese Untersuchung abschließen zu können, Watson. Ja, ich war nice, Holmes, aber ich werde jetzt diesen Part erstmal an dieser Stelle beenden, weil er schon wieder viel zu lange geworden ist. Also viel zu lange. Ähm, es sind nämlich jetzt schon mehr als 40 Minuten und ich habe keine Lust, daraus wieder zwei Parts zu machen. Also deswegen habe ich jetzt hier einen Cut und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!